Bist du fresh genug für den Boracay V2 von New Balance? Mit komplett neu gestaltetem Obermaterial und neu designter Zwischen- und Außensohle kommt er daher. Wie eine Socke sitzt das Obermaterial dank ihrer Booty-Konstruktion an deinen Füßen. Natürlich ist es atmungsaktiv, um dir auch bei intensiven Einheiten einen guten Feuchtigkeitstransport zu gewährleisten. Und durch die Rück- und Mittelfußkonstruktion hast du einen sicheren Halt im Schuh. Für die Dämpfung ist die Fresh Foam Zwischensohle zuständig. Sie ist so gearbeitet, dass sie Komfort und Stabilität bietet. Die Wabenstruktur findet sich auch in der Außensohle wieder. Hier sind die Waben so angeordnet, dass sie den natürlichen Bewegungsablauf und die Flexibilität unterstützen. Der New Balance Fresh Foam Boracay V2 ist ein neutraler Laufschuh für alle Läuferinnen und Läufer, die einen vielseitigen Trainingsschuh suchen. Du bekommst den in deiner Runners Point Filiale oder direkt hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.